Hallo meine lieben Kinder, jetzt sollt ihr fragen. Ich sage die Sätze dazu. Ich heiße Martina. Wie heißt du? Ich wohne in Budapest, Bergenystraße 3. Wo wohnst du? Ich bin 10 Jahre alt. Wie alt bist du? Es geht mir gut. Wie geht's dir? Ich habe im August Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Ich komme aus Ungarn. Woher kommst du? Ich esse Semmel gern. Was isst du gern? Ich trinke Mirch gern. Was trinkst du gern? Meine Lieblingsspeise ist Wienerschnitzel mit Pommes. Was ist deine Lieblingsspeise? Mein Lieblingsgetränk ist das Mineralwasser. Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe einen Hund, eine Katze, zwei Schildkröten und drei Fische zu Hause. Hast du Tiere zu Hause? Danke schön. Das war's für heute. Tschüss. Gottfuß. Gottfuß. ann